Für uns geht es jetzt weiter auf die Schienen und zu einem Thema, das uns auch schon eine Zeit lang begleitet, nämlich die Choralmbahn. Und mit der Choralmbahn ergibt sich für den Süden Österreichs eine Jahrhundertchance. Es soll hier der zweitgrößte Ballungsraum des Landes entstehen. Und unter der Dachmarke Area Süd soll hier ein Vorzeigewirtschaftsstandort in Europa geschaffen werden. Mehr dazu sehen wir aber jetzt. In der Wirtschaftskammer Regionalstelle Murau-Murtal wurde kürzlich zur Regionalen Verkehrsinfrastrukturkonferenz zum Thema Auf dem Weg zur Area Süd geladen. Mehr Menschen, mehr Märkte, mehr Miteinander. Durch die Choralmbahn ergibt sich für den Süden Österreichs eine große Chance. Die neue Eisenbahnachse, die durch Choralmbahn und Semmering gleich zwei geografische Grenzen überwindet, schafft zukünftig einen Wirtschaftsraum aus 1,8 Millionen Menschen und knapp 120.000 Unternehmen mit 730.000 Beschäftigten. Area Süd. Eine Jahrhundertchance für Steiermark, Kärnten und den gesamten Alpen-Adria-Raum. Aber wie kann die Region Murau-Murtal von dieser Entwicklung profitieren? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Infoveranstaltung. Aber was vor allem muss passieren, damit unsere Region profitiert? Das sind ja nicht nur verkehrspolitische Auswirkungen. Nein, aber wir haben auch heute gehört, dass fast 9 Milliarden Euro schon sowohl in die Choralmbahn als auch in den Semmering Basistunnel investiert worden sind und dass die Region Murau-Murtal sozusagen mit Kleinigkeiten abgespeist wird. Wir sehen aber, dass wir eine nicht nur touristisch, sondern vor allen Dingen auch von den Gewerbebetrieben her sehr wertvolle Region sind und sehr viele Beiträge leisten können, die auch international von Bedeutung sind. Und da gehen wir davon aus, dass durch diese Veranstaltung heute, wo wirklich Vertreter aller politischen Parteien dabei waren, gemeinsam mit dem ROW und der Wirtschaftskammer, dass wir hier entsprechende Akzente setzen konnten, dass hier diese Projekte weiter vorangetrieben werden, damit die Bevölkerung nicht nur gerne hier wohnt, sondern auch zukünftig ihren Arbeitsplatz hier vorfindet. Infrastrukturmaßnahmen sind kein Selbstläufer. Ohne die richtigen regionalpolitischen Weichenstellungen schwächt sich der positive ökonomische und demografische Effekt sukzessive ab. Unsere Region braucht ein Aufrechterhalten der Infrastruktur plus einen Ausbau der Infrastruktur. Wenn wir mit partizipieren wollen, müssen wir mit Infrastruktur angeschlossen sein. Im Moment ist es ja so, dass die Bahnverbindungen zwar mehr werden, aber die Schnellzüge wegfahren. Und niemand hat Freude, wenn jetzt alle zwei Stunden ein Zug fährt, ob ich dafür eine Dreiviertelstunde länger fahren muss, zweimal umsteigen muss. Es ist nicht wirklich eine Verbesserung. Darum braucht es hier, dass auch in Zukunft Fernzüge fahren, dass wir direkt durchfahren können, dass wir sowohl nach Wien als auch nach Graz direkt fahren können, ohne umzusteigen. Und es braucht einen Ausbau der Straße, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass der Zug eine gute Alternative ist, aber nicht die alleinige. Um auch unsere Bezirke Murer und Murtal von dieser Entwicklung profitieren zu lassen, ist es umso wichtiger, dass die Zeit bis zur Eröffnung genutzt wird, um für unsere Region entsprechende Begleitprojekte auf Schiene zu bringen. Dazu gehören neben dem Bekenntnis zur bestehenden Bahninfrastruktur die Anbindung der Strecke zwischen Zeltweg und Wolfsberg, also der Lavantalbahn, die Elektrifizierung der Murtalbahn sowie die rasche Umsetzung des Lückenschlusses der Murtal-Schnellstraße S 36 mit der Klagenfurter Schnellstraße S 37. Und wir haben auch gehört, es ist wichtig, dass alle zusammenarbeiten, auch parteiübergreifend. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das tun. Wir haben ja über das Regionalmanagement, wo alle Mandataten, alle Parteien, Nationalrat, Bundestag, Landtag, alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wahlberechtigt sind, die Resolution verfasst, an die Frau Gewessler geschickt. Die Antwort gefällt uns nicht, haben wir jetzt wieder geschrieben, haben uns wieder beschwert, werden wir sehen, wie weit es geht. Aber dieses Commitment gibt es im Moment, in der Region gemeinsam zu gehen. Auf dem Weg zur Area Süd. Mit spannenden Inputs seitens der geladenen Gäste und interessanten Gesprächen stand der Abend ganz im Zeichen der infrastrukturellen Chancen und Herausforderungen für unsere Region.